Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K16 mit eurem X und zurück zur historischen Domination. Ja, ihr seht es nach dem katastrophalen letzten Spiel, wegen drei Punkten hat es noch nicht gereicht, habe ich noch mal gegen die 98er Lakers gespielt und ihr seht, Milwaukee, da ist mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen, ich bin hier rein und habe gleich X gedrückt und etc. Und ja, der Cursor springt einfach automatisch weiter auf die nächste Challenge und die war halt in dem Fall Milwaukee und dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Also jetzt haben wir hier Pack Opening von den Lakers 98 und von Milwaukee aus dem Jahre 85 und ich bin auch ehrlich, ich werde das jetzt nicht noch mal spielen, wir machen als nächstes dann weiter gegen die Jazz aus dem Jahre 98. Jetzt aber erst einmal das Pack Opening. Belohnungen, Logo-Pack der Lakers. Vertrag plus 3, Lakers-Logo und Schuhe bzw. halt ein Boost. Dann das Trikot-Pack. Vertrag plus 4, wieder ein Trikot der Lakers. Traumhaftes Up and Under. Und das Spieler-Pack. Mit der Chance auf Shaquille O'Neal. Ja, den wir natürlich nicht bekommen. Wir bekommen Wick Fox, Klassischheim 2 und Vertrag plus 5. So, jetzt Milwaukee, Logo-Pack. Das Spiel war übrigens ziemlich unspektakulär. Die haben zwar relativ lange mitgehalten, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen, aber dann im letzten Viertel habe ich richtig Gas gegeben und die MT-Punkte haben dann auch gereicht beim ersten Mal sofort. Auswärts Jersey, Target Center, nochmal Schuhe als Boost. Aber relativ viele Goldspieler, auch in der Starting Five. Also vielleicht haben wir ja Glück. Nein, Dunleavy. Bekommen wir als historischen Spieler. Vertrag plus 5 und Harris-Bradley Center. Okay, dann geht's als nächstes gegen die Utah Jazz aus dem Jahre 98. Spieler sind alle spielberechtigt. Wir brauchen ganz genau 800 MT-Punkte. Und eins habe ich jetzt wirklich gelernt. Keine Gnade. Einfach wirklich keine Gnade in diesem Modus. So, da ist mal wieder ein Amethyst-Spieler. Carl Malone. Was natürlich mega nice wäre, aber gut, bei Amethyst-Spielern, äh, ich glaube, die Hoffnung, die kann man sich fast sparen. Schauen, Stark, ne? Auch ein Wahnsinns-Spieler, finde ich. Also meiner Meinung nach hat eigentlich auch fast Amethyst-Status verdient. Na gut, man kann natürlich auch nicht zu viele Spieler mit diesem Status belegen. Aber trotzdem nur ein Team-Waiting von Overwall 76. Da sind wir natürlich wesentlich besser. Aber jetzt... Gehen wir erstmal rein. Tipp-Off. Und der gehört gleich mal uns. Thompson. Passt zu Cousins. Und der erste Dunk. Stockton. Und, ah, da hat er Lack. Okay. Leonard, mittlerweile zum Defense-Player of the Year gewählt. Völlig verdient, meiner Meinung nach. Hier mit dem Foul. Stephen Curry. Thompson Dich ist die Cousins. Cousins. Im Post. Legt ihn rein, schönes Ziel. Curry, der momentan im Posten kriegt in den Playoffs, nach seiner leichten Knöchelverletzung, will Steve Kerr kein Risiko eingehen. Bei mir, Gott sei Dank, noch fit. Rebounds. Oh, der geht nicht rein, obwohl Curry komplett frei steht. Oh, nicht ab... Hey. Oh, nicht scheiß. Wenn ich da jetzt nicht mal irgendwann dran denke, dann kriege ich halt echt einen Anfall, gell. Diese scheiß Musik. Der geht nicht. Unserer. Raus. Ballmovement. Calm Alone gegen Cousins. Ah, der geht nicht. Stockton. Jetzt komm langsam. Und da kommt der Monsterblock von Aldridge. Das hätte ich anders spielen sollen. Zu Aldridge. Schade. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, jetzt kommen natürlich langsam die richtig geilen historischen Matches. Ich freue mich auch schon richtig auf die Auseinandersetzung mit dem Bulls. Ah, der war schön, der Pass. Oh, und der liegt denn daneben, ne? Das sollte natürlich nicht sein. Spin-Move und rein damit. Post-Move und dann... Crushed Down. Stocken. Malone. Cousins, der geht nicht. Oh, doch. Fällt noch. Cousins zu Curry. Curry im Post. Ist auch gut. Cousins und Bowes. Das ist schon, glaube ich, eine beste Variante. Schade. Wir bleiben dran. Ah. Ja, da kommt ich nicht mehr hin. Aber rebound für uns. Und ab geht die Post. Schade. Dass, äh, Thompson da nicht freikommt. Bäm, rein damit. Natürlich, in den beiden Spielen von den Lakers und Milwaukee habe ich mich ein bisschen an den Wurf von Curry gewinnen können. Der ja einfach absolut wahnsinnig crazy ist. Bäm, blot. So, it's Utah now. After the three-pointer from Stephen Curry. No chance. No chance. Stocken. Six on the shot clock. Ah. Komm, holt ihn euch. Thompson mit dem Rebound. Aldridge. Stephen Curry. Und rein damit. Was ist da los? Drop this bomb. Shuffle-Nuffu. Fünf zu 14. Erstes Viertel. Und die Bahn kommt rein. Malone legt ihn daneben. Paul George. Zu Butler. Ja, okay. Der war... Da wollte ich ihn den Trockenen rauslassen, aber... Egal. Oh. Oh. My. Goodness. Na, scheiße. Den letzten Pass hätte ich lassen sollen. Der geht nicht. Doch, geht's. Gasol. Scheiße. Der war nicht gut getroffen. Der hätte ich vielleicht... Ja, der hätte ich reinziehen sollen. Mich werfen. Komm schon. Gasol hat ihn. Butler. Zu George. Und der... Bämst ihn rein. Auch, boy, George. Im ersten Spiel der Playoffs mit einer... Richtig schönen Performance. Bosch. Oh. Mein. Goodness. Und es ist aus der Bounds. Utah able to retain Possession hier. Bitte, danke. Auf Wiedersehen. Jason Kidd. Auf dem Feld. Ja, da geht's. So, einen können wir noch durchziehen. Jetzt muss ich... Schade. Ja, gut, das erstes Viertel. Ein bisschen zu viele Dreier genommen. Noch ein bisschen mehr Variation mit reinbringen. Und dann läuft es. Anderson mit dem Einwurf. Jason Kidd. Jason Kidd. Was docken. Komplett frei. Komm, dranbleiben, dranbleiben. Geht nicht, hab ich. Aldridge. Zu Kidd. Und Lennart macht ihn. Auch Lennart. In-game-free. Mit einer Monster-Monster-Monster-Monster-Performance. Momentan führen die Spurs 3-0. Was willst du mehr? Auch die Cavs führen mit 3-0. Also beide auf Sweep-Kurs. Hab ich. Zu Wall. Oh! Shit! Jason Kidd. Zu Aldridge. Oh! Der war schlecht getroffen, aber der stand so frei. Ja, da war ich gerade vom Gefühl her eher so ein bisschen auf, äh, Cary. Und Jason Kidd und Cousins machen schon Party. Aber keine Zeit zum Party machen. 800 MT-Punkte brauchen wir. Um die Packs zu bekommen. Schade. Ja, da ist leider Thompson nicht der Beste. Ich sag mal, bei Cousins oder Lennart hätte es einen kräftigen Block gegeben. Und Stockton droppt sie beide. Eine Minute und eine halbe gingen, hier in der zweiten Quarter. Chicago leaden bei 9. Cousins. Cousins inside. Und rein damit. Oh. No chance. 172 MP. Äh, MP. MT natürlich. Stockton. Malone mit dem Screen. Aber so einfach läuft das hier nicht, Jungs. Geht nicht. Cary. Boah, was ist ein Pats, Mann. Mitten in den Lauf. Stuckton. Ja, den muss er reinmachen. Cary. Ja, wenn du mich so freig steh lässt, dann, äh, ne, danke. Und wenn Cary mal heiß läuft, na dann, könnte er eigentlich schon heimgehen. Anderson. Was, Ostertag? Ja, hier ist Anderson. Er hat noch keine Punkte in diesem. Was, Ostertag? Ja, scheiße. Nein, natürlich nicht Ostertag, aber... Man könnte es so lesen, oder Ostertag? Ey, das macht mich jetzt fertig. Cary bleibt drin. Oh, Mann, ey. Zu Cousins. Auch Cousins mittlerweile schon heiß. Und mit dem Wurf faul. Nr. 1. Nr. 2. Schönes Ding. So. Stuckton. Dribbelt. Ja, hat gepennt. Cary. Gegen Malone. Malone lässt sich eindrehen. Cary. Ah. Schade. Jawoll. Schönes Ding. Second Chance. Assist. Und natürlich der verwandelte Wurf. Und der Monsterblock. Ja, und der Second Chance. Wurf geht leider rein. Und dann kommt der Bass ganz locker, flockig. Ja, heute schöner Basketball von Maxi. Starken. Und 14 Punkte Führung. Und da wird er abgeklatscht. Und Cousins gegen Popovich. Oh, da wird er gleich ausgewechselt. Ja, der steht schon sehr frei. Er wird gleich gedrippelt, nicht gedoubelt. Geht nicht. Jetzt haben wir. Westbrook. Zu Thompson. Raus zu Butler. Zu Bosch. Und... Oh, schade. Und Butler stand mal wirklich fett frei. Hornacek. Starken. Ranbleiben, Jungs. Ranbleiben. Und auf Wiedersehen, Malone. Westbrook. Dreh da ein. Oh. Alter, was ist denn? Pass. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Komm, Gasol. Noch das Foul rausziehen. Ja, genau so. Er tut mir den Gefallen. Nummer 1. Nummer 2. Jawohl. 16 Punkte Führung. Komm, mein Stil, oder? So, wäre auch mal nice. Ja, geht. So, jetzt kommt ein alter Bauern-Trick. Ja, Dreierbombe. Ey, das war natürlich jetzt nicht mal ein Bauern-Trick. Ich wollte eigentlich mit dem Gasol ins Screen stellen, hinterlaufen, mit dem Drive reinziehen und dann mit Westbrook reinnageln. Run the sec. Run the sec. He has six. Ah. And the shot is good. Horn the sec's got eight points. And that's what he does. I mean, he is a bucket getter. Komm, probier's. Ah. Shit, shit, shit. Egal. Geile Halbzeit. Erstes Viertel. Drop this Bomb. Ah, hallo, ich will doch keine Wurf von den anderen sehen. Was ist da los? 58,3% Wurfquote. Rebound 16 Blocks. Fünf. Dreier, vier von zehn. Die Utah Chess hat überhaupt kein Dreier genommen. Und die Starting Five ist drin. Und Curry und Leonard doppeln. Komm schon, wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Hat das Socken, ne? Das war Beast-Block. Nochmal. Noch ein Block. Oh, der nächste Block. Block, Block, Block. Party. Leonard zu Curry. Und der macht mit allem, was er will. Was hab ich mit Thompson? Auch noch kein Dreier geballert heute. Gegen Malone. Ah. Egal. This Triple gonna fall. Rebound. Und Abfahrt. Ja, rein damit. Starkton. Gegen Curry. Oh, das war jetzt reingezogen. Wäre jetzt, glaube ich, ein Brett gegeben. Was ist da los? Mach was! Malone. Und Out of Bounce. Ich weiß doch nicht, warum wir eine Auszeit brauchen, aber... Okay. Leonard zu Curry. Leading by 17. Bitte, danke. Rein damit. Starkton. Starkton. Malone. Wieder Out of Bounce. Also Malone ist gerade richtig on fire. Carry. Bitte, danke. Nächster Dreier. Splash Brothers ist in der Haus. Oh, in der Haus. Sind in der Haus. Rockendes Haus. Malone ist on fire wie... Ja, niemand. Andersson. Malone. Mach die wieder nicht. Rebound. Und ab geht die Party. Und der nächste Dreier. Alter, was ist jetzt gerade los? Dreier Regen. Ja, da ist natürlich das Spiel relativ zügig gelaufen, wenn es so weiterläuft. Malone macht ihn Pass zu Kerry Okay, irgendwann musste ja auch mal Ende sein Das war jetzt Aber why not, why not Man weiß nie wie lange so eine Serie anhält Stockton gegen Thompson Ja, fällt Da wollen wir wieder ein bisschen anders spielen Und zwar so Bereit damit Slam dunk So, Kyrie drinnen Die Cavs mit dem Playoff-Rekord 20 Dreier Und Kyrie und J.R. Smith waren da Mehr als nur beteiligt Ah, der Rebound, der landet nicht bei uns leider Hornacek Ihr habt doch ein paar gute Dreier-Schütze Ich verstehe gar nicht, warum die nicht mal zünden Ah, der war nicht schlecht Not bad, not bad Der Erste gleich mal daneben Bosch Macht sich bereit für den Rebound, aber Der geht rein Paul George Das soll man ein Eine Grazie Eine Grazie Wahnsinn Rein damit Ich zeige ja heute Dreier-Regen Komm, steh ihn Ah Unnötig Mit Kyrie direkt ausgewechselt Melon Der Ostertag Ey, Spaß Da ist natürlich Ostertag Aber es war trotzdem voll witzig Schöner Pass Auch wenn das ein bisschen lucky war Aber Hauptsache geht rein Geht nicht Komm schon Oh, das ist ein Block Oh, und dann Second Chance Ostertag bleibt liegen Das werde ich mir jetzt gleich mal zunutze machen Das werde ich mir gleich mal zunutze machen Sag ich's doch Nein Niemals Ich wollte gerade sagen, niemals Ja, rein damit Oh, so schön gespielt 28 Punkte Führung Und der Stil Westbrook Zu Butler Und rein damit Alley-oop Jetzt wird gezaubert Jetzt wird gezaubert Hornacek Einen haben sie noch Martin Ja, ich hab ihn extra durchgelassen Dass wir auch noch einmal werfen können Ja, und rein damit 30 Punkte Führung 30 Punkte Führung Was Willst du tun Butler Zu Kyrie Na, mach den Korbleger nicht rein So, ich brauch noch ein paar Freibürfe, glaub ich Komm, das muss unserer sein Anderson Komm, wirf Mach den nicht Und Abfahrt Ja, ganz easy Lockerflock ich Oh, unsere Also bei Stils hab ich teilweise so'n Pe- Oh, mein goodness Okay Okay Okay, let's go home Let's go home Ein Zerstörerblock Komm, gramblern Williams Anderson Williams Geht auch wieder nicht Rebound Bei Kidd Behind the back Ah, scheiße Turnover Haben wir Rein damit Bigger And bigger And bigger Ganz ruhig Niemand Ja Okay, komm Ich muss es trotzdem umstellen Ich brauch noch ein paar Freibürfe Sonst krieg ich die MT-Punkte dafür nicht Geht nicht Oh, shit Come on Alter, willst du mich rollen, natzen Whatever Was war das Wiederholung Wiederholung Ah, da oben Wiederholung What Alter, ich schwör, ich krieg mich nicht mehr Was ist da los Was ist da los Ich brauch eine andere Kamera Sicht Ist schon Also der ist echt Also der ist bitter Der ist bitter Ja Ja Und Wall Macht ihn natürlich daneben Ja Hey, es ist Stilmäßig Ich weiß gar nicht, was ich da In my team Immer für Pech habe Hab ich Zu Gast So, jetzt muss ich echt mal ein paar Freibürfe rausholen Irgendwie, egal wie Legt ihn rein Das ist das einzige, was ich in dem Spiel vernachlässigt habe Unser Geht doch Jawohl Ja, es ist pure Zerstörung 40 Punkte Führung Das ist schon kein Blowout mehr Das ist schon Ich hoffe, die haben hier ein paar Tempos in der Halle Traut sich natürlich jeder von denen zu werfen, gell Block Ne, doch nicht Rebounds Und er macht ihn wieder rein Es ist zwar alles geil Aber ich brauche Freibürfe Ohne Scheiß Komm, lass ihn werfen Lass sie einfach werfen Ist so unfassbar wie Ein Trauerspiel Komm schon Jawohl Endlich mal zwei Freibürfe Rein damit Beide rein, sehr schön Jawohl Ist immer noch drin als Point Guard Komm Lass sie einfach werfen Wieder uns ran Und rein damit Alley-oop Jetzt Selten jemanden so zerstört wie die Jazz gerade Ich kann mich auch nicht dran erinnern Ich glaube, ich habe eine Wurfwurte von 70% oder so Ja komm, lass ihn durch Nächster Rebound Wall Und wieder rein damit Nicht viel Freibürfe habe ich jetzt Weil ich kriege langsam trotzdem Angst Ich brauche noch einen scheiß Freiburf Einen Freiburf brauche ich noch Lass sie ja durch Scheiß drauf, lass ihn durch Ja, geht rein So, jetzt ganz schnell nach vorne Passt zu Gasol Gasol rein da Einfach egal wie Wir brauchen einen Foul Na, scheiße Ey, da fehlen mir so viele MT-Punkte Das kann ich nicht bringen Ich brauche diesen scheiß Freiburf Boah, jetzt dribbelt doch nicht ewig rum Komm schon, Aldridge Sieh das Foul Jawohl, Mann Gott sei Dank, ey Das wäre es jetzt echt gewesen Wegen dem Scheiß, das ist da nicht zu schaffen Bin mir zwar gerade nicht mehr sicher Ob das 10 Freibürfe waren Ich glaube, 10 waren es Kann natürlich nochmal probieren Freibürfe rauszuholen Alter, ich wollte gerade sagen Wenn der reingeht, dann falle ich vom Stuhl, ey Na Ich werde definitiv nochmal probieren Zum Korb zu kommen Komm schon Gasol Jawoll Hau sie rein Nummer 1 Nummer 2 Das muss reichen Das muss eigentlich sicher reichen Alles andere wäre jetzt Also schon echt crazy 800 MT-Punkte brauchen wir Play of the Game Ich weiß gar nicht So viele, die ausgerastet sind Gasol 14 Punkte 5 Rebounds 1 Steal Ja, 912 Okay, es reicht definitiv Ja, natürlich, klar Karl Malone Oder Stratton Werden die Wunschkandidaten Mal schauen Ob es dann auch wirklich so Kommt Oder ob wir wieder Pech haben Aber bei meinem Glück Kriege ich irgendeinen Spieler, der 2 Minuten Einsatzzeit bekommt Und als nächstes geht es Gegen die Boston Celtics Aus dem Jahre 08 Aber jetzt erstmal Belohnung Logo Pack Utah Jazz Logo Lob City Finisher Vertrag Plus 3 Vertrag plus 4 Auswärts Jersey Und Charge Card Komm schon Der wird ja wohl Irgendwann auch mal Glück Haben, oder? Achso Ah, ja Oder auch nicht Oder auch nicht Ah, das ist einfach so Eklig Wenn man da überhaupt Kein Glück hat Aber gut Das war es wieder mit einer Folge Gegen die Utah Jazz Dieses Mal Neue Neugandlet Serie Starten Ne, ne, ne Historische Domination Da geht es dann weiter Gegen die Boston Celtics Aus dem Jahre 08 Da freue ich mich Auf jeden Fall schon drauf Wenn euch die Folge gefallen hat Lasst mir ein Däumchen nach oben da Schaut das nächste Mal wieder rein Bis dann Euer Max Ble their Ball Bis dann till